Der Täter-Opfer-Ausgleich bedeutet für mich, dass der Täter sich selbst reflektiert und dass beide Seiten das Bedürfnis haben, das Geschehene vernünftig aufzuarbeiten. Und dabei schwingt die Erkenntnis mit, dass Wut und Vergeltung die Welt nicht verbessern können. Und die Hoffnung besteht, dass der seelische Schaden, den das Opfer davongetragen hat, durch das ausgleichende Gespräch gelindert werden kann. Und dass erkannt wird, dass keiner gewinnt, wenn beide Seiten leiden.